Caravaggio, David mit dem Haupt Goliaths Mit gerunzelter Stirn und nicht ohne Mitgefühl schaut der junge David auf seinen Gegner Goliath, den er soeben besiegt hat. Aus dem Bildraum heraus streckt er uns das erschreckende Gesicht entgegen. An diesem erkennen wir deutlich die tödliche Wunde auf der Stirn, verursacht durch die berühmte Steinschleuder. Diese ist hier nicht zu sehen, vielmehr das Schwert, mit welchem David den Gegner danach köpfte. Dessen Gesichtsausdruck scheint im letzten Schrei eingefroren, die Innereien hängen zudem unappetitlich herunter. Wie kam es zu dieser Situation? Zwei Völker standen im Krieg miteinander, die Israeliten, denen David und seine acht Brüder angehörten, und die Philister, zu denen der Riese Goliath zählte. Dieser forderte die Gegner zu einem Zweikampf heraus, allerdings traute sich keiner der Anwesenden. David war eigentlich Hürde und kam erst später dazu, da er zum Lager kam, um den Brüdern Proviant zu bringen. Er meldete sich freiwillig. König Saul zögerte, sah aber, dass der schmächtige Junge mehr Mut besaß als die Krieger und ließ sich überreden. Ohne Helm und ohne Rüstung, nur mit einer Steinschleider bewaffnet, stellte sich der Junge dem Kampf. Dafür sammelte er vorher fünf Steine. Völlig unnötig stellte sich heraus, denn bereits der erste Stein traf den Riesen am Kopf, woraufhin dieser Tod umfiel. Als die restlichen Philister das sahen, begannen sie zu fliehen. Danach köpfte David den Riesen mit dessen eigenem Schwert. Diese Geschichte wird bis heute als Parabel für den Sieg des Schwächeren über einen stärkeren Gegner benutzt. Dreimal beschäftigte sich Caravaggio mit dem Thema David und Goliath. Dieses ist das letzte der drei und entstand vermutlich im Todesjahr des italienischen Künstlers. Typisch für ihn spielt er mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten, dem sogenannten Chiascuro. Damit macht der Italiener die Szene viel intimer, als die Bibel es beschreibt. Statt auf einem Schlachtfeld befinden wir uns hier in einem undefinierten Raum, der uns keine weiteren Anhaltspunkte zur Geschichte liefert. Dieser David ist von ungewöhnlich mitfühlender Regung, was bis heute Anlass zu Spekulationen bot. Caravagges unstetes Leben wird dabei herangezogen, um verschiedene Thesen zu stützen. Der Maler, der in seinem Leben öfter bereits Kontakt zu den Justizbehörden hatte, ermordete in einem Duell im Jahre 1660 Ranunchio Thomassoni. Er wurde verurteilt und für vogelfrei erklärt, woraufhin er seine Wahlheimat Rom verlassen musste. Nach einigen umtriebigen Jahren, unter anderem auf Malta und in Neapel, durfte er 1610 wieder nach Rom zurückkehren. Kardinal Borgese hatte wohl eine Begnadigung erwirkt. Obwohl der Papst dieser Bitte stattgab, starb Caravaggio an einem Fieber kurz danach. Vermutet wird, dass Caravaggio dieses Werk zum Kardinal Borgese in Rom schickte, um für die Ermordung an seinem Widersacher um Begnadigung zu bitten. Man geht davon aus, dass im Goliath ein Selbstbildnis des Künstlers gemeint ist. Was würde sich also besser eignen, als im buchstäblichen Sinne den eigenen Kopf hinzuhalten und David als Identifikationsfigur mit ein wenig Mitleid auszustatten? Die nur schwer erkennbare Inschrift auf dem Schwert H-A-S-O-S ist eine Abkürzung für den lateinischen Psalmkommentar von Augustinus. Homilitas oxidet superbiam. Demut tötet den Stolz. In David wird in letzter Zeit manchmal zudem ein Selbstbildnis Caravaggios in jüngeren Jahren angenommen. Dann kann man die These weiterführen, sodass Caravaggios jüngeres Ich auf das ältere schaut und darüber reflektiert. Obwohl diese Idee allerhand weitere tiefenpsychologische Thesen provoziert, kann sie doch recht schnell mit einer Beobachtung entschärft werden. Denn der Maler hat auch im Johannes dem Täufer offenbar dasselbe Modell, vermutlich einen seiner Schüler, benutzt und diesen nicht ohne homoerotische Aspekte verbildlicht. Die Aussage, dass Caravaggio sich im David mit dem Haupt Goliath selbst schonungslos zur Schau stellt und somit seine Reue ausdrückt, wird damit aber nicht geschmälert. Aspekte